Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um das Debuggen. Das werdet ihr auch brauchen, denn eigentlich geht es heute weniger um Spiele bauen, sondern um Spiele richtig bauen. Denn es werden euch Fehler passieren, irgendwelche Sachen werden nicht funktionieren, nicht so wie ihr es brauchen könnt und dann werdet ihr die Fehler finden müssen. Und das Ganze nennt sich Debuggen, das heißt Fehler rausschmeißen. Und der Bug-Witz, den kennt ihr wahrscheinlich. Wie ist das Wort Bug entstanden? Bug heißt ja eigentlich Fliege auf Englisch oder so ein Käfer eigentlich eher. Und der erste Bug war tatsächlich ein Bug im System drin, da war ein Käfer ins System gekrochen, war dort verreckt und hat das ganze System zum Abstürzen gebracht. Dadurch hat sich der Name Bug etabliert. Nur kurze Anekdote. Kam übrigens nicht von mir. Hab ich auch irgendwo aufgeschnappt. Nein, so alt bin ich auch nicht. Okay, wozu brauchen wir Debugging? Naja, oder wie machen wir Debugging? Wir wollen also einen Fehler finden. Sagen wir mal, es funktioniert nicht so ganz, dass hier immer die Kugel gespawnt wird. Das heißt, die Kugel wird zum Beispiel nicht gespawnt und wir vermuten, dass der Fehler hier irgendwo liegt. Was wir jetzt machen können ist, wir sagen, okay, wir setzen hier einfach mal einen Breakpoint. Das könnt ihr auf jedem von diesen Dingern hier machen. Hier vielleicht nicht unbedingt, weil das ist einfach eine Berechnung. Das ist auch nur eine Berechnung. Also das ist quasi was, was von früher kommt. Aber alles, was hier so Execution Lines hat, also das heißt, auf jedem Event könnt ihr das machen, auf dem Delay könnt ihr das machen. Alles, was hier irgendwie, was diese weißen Fäden hat. Das heißt, die ganze Code Ausführung, was da so passiert. Das könnt ihr alles, darauf könnt ihr einfach draufklicken. Rechtsklick und dann Toggle Breakpoint bzw. Add und Remove Breakpoint geht natürlich genauso. Oder ihr macht ein Disable Breakpoint, dann habt ihr ihn pausiert, aber er ist immer noch da. Was der Unterschied zu Remove ist, ist eigentlich relativ unnötig, aber dass man halt sieht, okay, hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen debuggen, aber der hat mich gerade ein bisschen gestört. So, Toggle geht mit F9. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal irgendwas anvisieren und ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel meinen Delay. Okay, so und jetzt drücke ich F9, jetzt habe ich hier oben einen Breakpoint. Was bringt mir dieser Breakpoint? Jedes Mal, wenn dieses Ding hier aufgerufen wird, also jedes Mal, wenn ich diesen, genau diesen Delay, nicht jeden Delay, sondern nur diesen Delay auf diesem Ausführungspfad, wenn ich in dieses Delay reinkomme, dann pausiert mein Game sozusagen. Und das ist ziemlich nützlich, ich zeige es euch gerade mal. Wir klicken hier einfach mal auf Play und aktuell passiert noch gar nichts, denn dieses Trigger Me, das hatten wir in den letzten paar Videos gebaut, das wird aufgerufen, sobald ich linke Maustaste drücke und nachdem meine Kugel gespawnt wird. Also Achtung, meine Kugel spawnt und danach wird der Trigger Me aufgerufen und danach wird das Delay aufgerufen. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal und wir sehen, zack, instant sind wir hier bei dem Delay angekommen. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, ja, sieht ganz gut aus, so hätte ich eigentlich ganz gerne mein Level zu diesem Zeitpunkt, es ist nichts abgestürzt oder sowas. Und das heißt, ich kann hier Resume einklicken. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, es wird schon wieder Delay aufgerufen, weil ich schon wieder linke Maustaste geklickt habe, klar. So, und wir sehen hier unten fällt die Kugel gerade runter. Wenn ich jetzt einfach mal nochmal linke Maustaste klicke, dann sehen wir hier, sofort landen wir wieder in dem Delay. Das heißt, die Kugel hatten noch gar keine Möglichkeit zu spawnen, so schnell sind wir in diesem Delay drin. Wenn ich auf Resume klicke, dann fliegt meine Kugel instant hier raus. Ja, und wieder landen wir in dem Delay. Klar, das bringt uns jetzt nicht wirklich was, vielleicht die falsche Stelle, aber ich packe es jetzt mal hier hinten an den Spawn Actor Physics. Und da ist es dann schon relativ interessant, weil wir warten ja genau so lange, wie wir eben, wie wir in diesem Delay zufällig warten. Das heißt, wir warten zufällig lange und zufällig ist immer gut zum Breakpointen. So, jetzt gehen wir hier mal her und sagen, okay, ich klicke und zack, hier landen wir Spawn Physics Kugel. Das heißt, meine Kugel fliegt hier gerade schon rum. Ihr seht, hier ist meine Kugel und jetzt habe ich mein Game pausiert. Und das passiert sonst gar nichts. Ich kann die Türe sehen, wie sie gerade leicht aufgeht und so weiter und so fort. Aber meine Kugel, meine Physics Kugel ist noch nicht gespawnt. Wenn ich jetzt auf Resume klicke, wenn ich auf Resume klicke, dann landet hier plötzlich meine Physics Kugel. Also diese, diese große Kugel, die wir hier auf der anderen Kugel drauf quasi spawnen. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Zack, und es dauert viel, viel länger. Die Kugel fliegt noch nach unten. Und jetzt erst wird der Breakpoint ausgelöst, weil wir halt zufällig relativ lange warten. Fünf Sekunden war hier vielleicht ein bisschen viel. Aber ja, wir sind quasi, die Kugel landet hier schon relativ im Unendlichen. Und wir sehen, wie die Kugel hier gerade rollt. Also vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Und ja, ich kann wieder Resume und sehe meine andere Kugel runterfallen. Ich kann wieder linke Maustaste klicken. Und das dauert wieder eine halbe Ewigkeit, bis wir an den Breakpoint kommen. Jetzt ist meine Kugel hier, ihr seht so ganz leicht den verschmierten Fleck. Wenn ich jetzt auf Resume klicke, sehe ich, wie die andere Kugel da gerade spawnt. Das heißt, mit diesen Breakpoints könnt ihr quasi euer Game zu Zeiten unterbrechen, wo ihr es gerade braucht und wo es euch gerade am meisten bringt. Und dann schauen, stimmt zu dem Zeitpunkt alles und kann ich damit arbeiten oder ist davor schon was schiefgegangen. Wunderbar. Ihr könnt natürlich so viele Breakpoints setzen, wie ihr wollt. Also ich kann hier fünf Breakpoints von mir aus setzen. Okay, ich kann maximal drei setzen, wenn ich nur drei Ausführungsstränge habe. Aber auf jeden dieser Knoten kann ich einen Ausführungsstrang setzen. Ist natürlich die Frage, ob das was bringt, wenn ich dann... Also man sieht natürlich immer genau, wo man im Code gerade ist oder im Blueprint. Aber ist natürlich die Frage, ob mir das so viel bringt, wenn ich tausendmal auf Resume klicken muss. Okay, das war es von meiner Seite schon wieder. Ja, ich weiß, relativ uninteressantes Video. Nächstes Mal geht es wieder mit spannenden Themen weiter. Und ich hoffe, dass ihr dadurch ein paar mehr Fehler finden könnt und die vermeidet. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.